startet gleich ich grüße die laura laura ist seit fünf jahren am start und unterstützt mich schon sehr lange coaster punkt laura ich hoffe dir geht's gut pass auf dich auf und bleibt gesund und ich grüße bless my mike ich liebe eure fanpages wirklich leute und eure edits und wie viel mühe ihr euch die ganze zeit gibt es ist einfach unfassbar was ist mit bless my demons leute wir sind dran wir sind dran wir wollen doch nicht einfach irgendeinen schrott rausbringen bless my demons wird etwas ganz ganz besonderes dass my demons wird auf jeden fall eine andere liga das kann ich euch versprechen ich grüße maiks ballon nala hat meetings ja nala hat meetings weil sie bringt bald ihr eigenes katzenfutter raus das wäre so crazy wie geht es dir leute mir geht es gut wie gesagt ich habe gestern ein bisschen party gemacht wegen bojo sava weil ihr den song so krass feiert und deswegen bin ich ein bisschen müde wir sind erst um ich glaube drei uhr nachts oder so zuhause angekommen und es ist so krass dass es eine neue generation ein team singer gibt liebe selina was meinst du denn mit neue generation eine neue generation neue generazione alle team singer so freunde fünf minuten wir haben nur noch fünf minuten bis das video online kommt es wird so crazy leute ich bin so gespannt was jetzt zum visa ich hatte echt gänsehaut beim ersten mal wo ich den song das video gesehen habe ich hatte richtig gern saut und sophie ist so aufgeregt leute oh mein gott sophie ist so aufgeregt ich grüße die leni kann zwar nach augsburg kommen sehr sehr gerne wie gesagt wenn wir eine tour spielen leute ich komme überall hin also ich bin auf jeden fall in der nähe von eurer stadt kannst du mal eine room tour vom neuen hausmann ich kann euch mal kurz mein studio zeigen that's the studio hier so aber ich habe noch nie hier irgendwie ein drink getrunken ich saß noch nicht einmal hier doch einmal saß ich hier aber sonst irgendwie ist ein bisschen unnötig aber egal irgendwann kommt schon die situation und hier ist dann die aufnahmen kabine da drinnen yes mein lieblings ort zu hause und jetzt freunde warum redet sophie nie wie gesagt so viel ist noch ein bisschen schüchtern und aufgeregt was das ganze angeht beim videodreh war es was war so süß wirklich jetzt die ganze zeit gesagt baby ich trau mich nicht und ich bin so aufgeregt und das ganze team war so super super lieb zu ihr so dass sie sich auch wohl fühlt dabei und leute es geht jetzt los ihr werdet gleich im video sehen wie es geworden ist teilt das video mit euren freunden kommentiert das schreibt mir euren instagram namen mit im kommentar dazu und ich werde euch schreiben ich bin den ganzen tag heute zu hause und ihr es leute deswegen würde ich mal sagen wir sehen uns jetzt bei youtube kommt alle rüber auf mein kanal mike singer bonjour savoir ich wünsche euch ganz 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 viel spaß und habt einen wunderschönen tag peace out ich bin den ganzen tag da und schreibe euch wir sehen uns bei der premiere wir sehen uns bei der premiere